So, herzlich willkommen zum Market Roundup. Nach Feiertag. Ich bin auch wieder da. Herzlich willkommen, Dustin. Hallo Christoph, schön, dass du wieder da bist. Genau, es schnief vielleicht noch ein bisschen, aber sonst geht es mir wieder gut. Die Woche also auch wieder Live-Trading. Nächste Woche morgen Investmentwerk statt. Wir haben in den nächsten zwei Wochen gleich richtig was vor. Ja, herzlich willkommen zum Market Roundup. Dustin, was gibt es Neues aus der Welt der Finanzen, der Börsen? Es gibt viel Neues. Wilde Zeiten, kann man quasi sagen. Ich glaube, die letzte Woche, aber auch die kommende Woche, es ist einiges los. Ich habe mal hier so die drei Kernpunkte für heute mitgebracht. Wir gucken uns das Thema Bankenkrise nochmal kurz an, also nur in Kürze, aber der eine oder andere wird es ja mitbekommen haben. JP Morgan hat sich jetzt die First Republic Bank gekrallt, kann man so sagen, auch wieder einen guten Deal ausgehandelt. Ja, es wird ein Großteil der Schulden übernommen aus Sicht des Staates. Das heißt, die Einlagensicherung greift und JP Morgan hat das so ausgehandelt, dass dort einfach ein Teil der Einlagensicherung die Schulden abdeckt. JP Morgan übernimmt den Rest, kauft sich dafür quasi günstig das Kundennetzwerk ein und ja, hat sich da wohl langfristig glaube ich, den ganz guten Deal gesichert. Und damit ist auch eigentlich so die Hoffnung und deswegen könnte man fast so einen Strich hier durchmachen, dass die Bankenkrise damit auch so langsam endet. Es sagen ja auch viele, das sind eigentlich noch so die Nachbeben der Silicon Valley Bank, die jetzt hier zu spüren sind und alle hoffen eigentlich, dass es doch jetzt bald vorbei ist. Aber man weiß, was so in den Büchern noch schlummert. Ich glaube, aber es liegt auch wirklich stark daran, was jetzt auch diese Woche noch passiert in Richtung weiteren Zinserhöhungen. Kommen wir aber später nochmal zu. Ja, die Berichtssaison ist ja im vollen Gange. Die machen auch HSBC zum Beispiel mit sehr guten Zahlen. Also ich finde, wir haben die großen Saison, wir haben die Anzeige die Woche, wir haben Arbeitsmarktzahlen die Woche, wir haben Wärmepumpen, hast du heute auch schon als Thema, sehe ich. Also der Fiesmann übernommen, da gibt es ja so viele Themen gerade im Markt. Letzte Woche der Markt nach oben, also ich weiß gar nicht, wo man gerade anfangen soll. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich hoffe, du bringst jetzt Ordnung rein in diese ganzen Market-Themen, die gerade los sind. Wir starten einfach mal rein und das Schöne ist, wir haben zwar viele kleine Themen, aber global ökonomisch sind sie gar nicht mal so gigantisch. Wir haben zwei Inflationsdaten, die waren zum Glück hier in Deutschland ein bisschen geringer als gedacht. Wir haben einen Rückgang jetzt von 7,4 auf 7,2 Prozent. Man hat da eigentlich nur mit 7,3 Prozent gerechnet und das ist gerade eigentlich ganz schön zu sehen, weil das doch den Markt ein bisschen beruhigt. Deswegen hatten wir auch mal wieder hier einen neuen Höchststand. Wir haben es auch hier ja nochmal gesehen. Wir hatten auch den einen oder anderen guten Wert, der ja, es ist oftmals so besser als erwartete Quartalszahlen geliefert hat, weil man ist doch sehr pessimistisch, was die Quartalszahlen betrifft. Letzte Woche hat es zum Beispiel Covestro getroffen. Wir gucken gleich mal durch die Liste. Wir haben natürlich nicht alle dabei, aber viele. Wie gesagt, letzte Woche hat es Covestro getroffen, könnte man so sagen, aber positiv getroffen, denn die hatten deutliche Einbußen im Gewinn und im Umsatz teilweise 70 Prozent Gewinnrückgang und die Aktie hat trotzdem 8 Prozent zugelegt. Und da sieht man mal, wie so eine Ambivalenz teilweise herrscht zwischen Erwartungen und dem, was dann wirklich geliefert wird. Normalerweise würde man sich denken, ach, das ist fatal. Die Aktie würde deutlich fallen. In dem Fall hat sie deutlich zugesägt. Und wir hatten andere Kandidaten, bei denen das ähnlich war die Woche. Dementsprechend ja viel Momentum innerhalb der Werte, aber die großen Indizes sind relativ klein geblieben oder ruhig geblieben und das sieht man auch hier in der Woche. Wir sehen zwar schon Schwankungen, aber die sind jetzt immer nicht gigantisch groß, auch wenn es einzelne starke Bewegungen im Markt gibt. Fokus wird sein in der nächsten Zeit, was bringen die Zinserhöhungen. Aktuell wird zu einer 70, 80 Prozentigen Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass es sowohl in Europa als auch in den USA bei der FED nochmal 25 Basispunkte Zinserhöhung gibt, also 0,25 Prozent Zinserhöhung. Das wird so erwartet von den Märkten. Das heißt, alles, was deutlich oben drüber liegt, das heißt, eher in Richtung 0,5 Prozent geht, das würde die Märkte wahrscheinlich eher negativ treffen. Alles, was drunter liegt, wäre eher eine positive Überraschung, wäre vielleicht ein Impuls nach oben. Das wird sich wahrscheinlich in der Woche dann zeigen. Wir blicken nochmal in die USA, auch da viel los gewesen innerhalb der Indizes. Generell kann man sagen, während des Aprils eigentlich ein positiver Monat, du hast es gerade eben auch gesagt, eine relativ positive Woche eigentlich auch gehabt. Der S&P 500 im April 1,5 Prozent gestiegen, der Dow Jones sogar 2,5 Prozent. Der Nasdaq hält sich so gerade wacker. ja, der kämpft am meisten natürlich mit diesen größeren Zinsthematiken und generell kann man einfach sagen, dass auch die Wirtschaftskennzahlen in den USA relativ geschwankt bleiben. Das heißt, wir haben ja jetzt das Verbrauchervertrauen gehabt, wir haben den Rückgang im BIP gehabt, im GDP in den USA. Da ist, das ist gesunken auf 1,1 Prozent. Bei Deutschland ist man ja gerade so über den 0 Prozent geblieben. Das heißt, man ist gerade so dieser Rezession irgendwie entgangen. Nichtsdestotrotz sieht man natürlich da eher einen Rücksetzer. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer mal wieder ganz positive Indikatoren wie ja, Importe, Ausland, Exportgeschäft. Da gibt es immer wieder positive Impulse. Und ja, das ist aber das, was es den Markt eher global betrifft. Intern machen die tatsächlich die Quartalszahlen eher den Dreh raus. Und das sieht man auch in dieser Woche. Wir hatten teilweise natürlich zum Start der Woche diese Quartalszahlen von der First Republic Bank, die ja deutlich den Rückgang der Einlagen gezeigt haben. Da gab es wieder Tumulte zum Beginn der Woche. Man hat es dann aber am Ende, zum Ende der Woche diesen positiven Impuls gesehen. Und das lag insbesondere auch wieder an positiven Quartalszahlen aus diesen großen Häusern. Wir gucken uns gleich mal was an. Facebook war unter anderem dabei, auch Amazon eigentlich ganz gute Quartalszahlen geliefert. Und generell kann man sagen, dass ja 79 Prozent der Gewinn eigentlich oberhalb der Erwartungen lagen und damit eigentlich wieder oberhalb der Gesamtschätzung des Marktes. Und damit hat der Markt eigentlich auch ein positives Momentum gehabt. Wir sind gestern nicht so positiv in die Woche gestartet. Da war hier Feiertag in den USA, ging es aber weiter. Und mal gucken, was aber diese Woche noch so bringt. Ähnlich ist es in Asien. Da ist auch nicht so viel los. Wir haben immer wieder kleine Auf und Abs. Und man kann auch sagen, dass wir in den asiatischen Märkten natürlich auch das Thema Zinsen haben, aber auch das Thema Bankenkrisen, was da rumschwappt, weil man immer wieder Angst vor Vernetzungen hat. Man ist ja doch sehr global unterwegs und auch eine Bankenkrise in den USA und potenzielle Probleme bei den großen Finanzinstitutionen würden sich auch auf die asiatischen Märkte ausweiten. Das war so ein bisschen die große Angst der Woche. Zum Ende der Woche war es dann wieder aber ganz positiv für die Märkte, insbesondere wenn man in Richtung der japanischen Zentralbank blickt, weil die wieder gesagt hat, wir bleiben bei dem, was wir sonst auch immer machen. Wir halten in unserer ultralockeren Zinspolitik fest. Als große Ausnahme global kann man eigentlich sagen, der Yen ist wieder daraufhin gefallen. Man muss sagen, die Aktienmärkte sind aber gestiegen. Jetzt habe ich viel über Einzelwerte und potenzielle Bewegungen gesprochen. Gucken wir doch mal rein, was ist alles so passiert in der Woche. Wir starten mal mit einem Wert, der vielleicht vielen gar nicht ganz so bekannt ist, also schon bekannt, aber gar nicht so als Unternehmen bekannt ist. Hasbro, Spiele- und Spielzeugunternehmen und hat deutlich besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt. Also der Umsatz war hier auch wieder rückläufig, auch der Gewinn war rückläufig, aber wie so oft war es über den Markt Einschätzungen und die Aktie hat 14% zugelegt. Ähnlich war es bei Chipotle, einer der großen US-Fastfood-Ketten und wir haben ja letzte Woche schon gesehen, auch Coca-Cola und Pepsi haben sehr positive Quartalszahlen vorgelegt, hatten Allzeithochstilweise, zumindest bei Pepsi. Das heißt, diese Konsumgüter, diese sehr, ja, viel genutzten und nicht verzeihbaren Güter, die sind stabil geblieben und so auch scheinbar die Einkäufe in Fastfood-Ketten, also auch McDonalds und hier in dem Fall Chipotle und ja, man muss sagen, so mit positive Quartalszahlen hier von dem Unternehmen, 13%, das ist gerade eben angesprochen, Facebook-Meta ist wieder zum Wachstum zurückgekehrt, nachdem wir ja viele Quartale jetzt auch Probleme hatten, wir hatten viele Ausgaben für das Metaversum und man ist so ein bisschen davon wieder weggekommen, hat auf die Kosten geachtet, aber hat jetzt hier auch wieder einen Zuwachs von Mitgliedern bekommen im Facebook-Universum und grundsätzlich wieder positives Momentum hingelegt, die Aktie ist also 12% gestiegen, ja und ich habe es gerade eben angesprochen, die First Republic Bank war die Schwachstelle, die Einlagen sind um die Hälfte gesunken und dementsprechend hat jetzt JP Morgan diese Bank aufgekauft mit Unterstützung des Staates. Es gibt aber noch mehr, Enphase Energy, der Software, kann man so sagen, Software-Solar-Gigant, also eigentlich machen die ja diese Wechselrichter, das ist eigentlich ein Mix aus Software und Hardware, hat auch deutlich besser eigentlich, oder was heißt deutlich besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt, deswegen im ersten Momentum eigentlich positiv, allerdings sind auch hier wieder die Wachstumsaussichten für die Zukunft das Problem gewesen, das heißt hier erwartet man einfach zu wenig Wachstum zu dem, was der Markt erwartet hat, muss man sich jetzt mal angucken, ob das vielleicht wieder ein spannender Kaufkandidat ist. 22% gefallen, Activision Blizzard ist jetzt auch so ein bisschen das hochgekommen, was vielerseits erwartet wurde, das heißt der Videospielehersteller hat eigentlich auferlegt bekommen, dass er nicht übernommen werden darf von Microsoft in dem Falle. Das hat man ja so ein bisschen schon erwartet, weil sich das schon angedeutet hatte. Problem ist so ein bisschen das Cloud Gaming Geschäft und Microsoft hat ja wirklich versucht, sehr viele Zugeständnisse zu machen, man würde in vielerlei Hinsicht weiter teilen und weitere Lizenzen auch an den Markt vergeben. Ja, das hat jetzt aktuell scheinbar nicht gereicht, aber ja, man hat ja schon vorher gewusst, Microsoft wird dagegen nochmal vorgehen und dementsprechend dort nochmal Beschwerde einlegen bei der britischen Kartellgehörde. Amazon, ja, hat eigentlich sehr positive Quartalszahlen geliefert im ersten Moment. Der Gewinn und Umsatz lag deutlich über den Erwartungen der Analysten. Daraufhin ist die Aktie eigentlich um 10% gestiegen, das heißt man hat ein sehr positives Momentum. Danach kam allerdings ein bisschen verzögert und später auf, dass die AWS-Sparte, die große Sparte, ja aktuell ein bisschen kriselt, das heißt viele Unternehmen sparen einfach Kosten, stampfen ihre Kapazitäten auch in dieser Sparte ein. Das spürt Amazon und daraufhin hat sie die gesamten 10% eigentlich wieder abgegeben und ist dann auch so im Gesamtmarkt ein bisschen wieder gefallen. Ja, minus 3% in dem Fall und zuletzt haben wir mal Intel hier mit dabei. Kann man, man kann eigentlich sagen desaströse Quartalszahlen, tatsächlich aber besser als erwartete. Also das war ja lange Zeit antizipiert vom Markt, dass man diesen Umschwung braucht und das hat sich jetzt auch rauskristallisiert. Das heißt sowohl Umsatz als auch Gewinn sind deutlich, deutlich eingebrochen, aber es lag über den Erwartungen und dementsprechend kam wieder Hoffnung aus, auch Hoffnung für die Zukunft, Hoffnung der Analysten. Die Aktie fand es sehr gut, 6%. Wenn man die ganzen Zahlen sieht, hat man so den Eindruck, dass zurzeit in dem Moment, wo reportet, wie die Zahlen reportet werden, entweder sehr stark wichtig ist, was hat man vorher für Erwartungen gehabt oder wie sind jetzt die Zukunftsaussichten, die Prognosen der Unternehmen und gar nicht mal so der einzelne Datenpunkt jetzt gerade da ist, weil wir aktuell in so einem Fahrwasser sind, wo sich sehr viel verändert im Markt und deswegen viel stärker die Frage ist, werden gerade Erwartungen getroffen oder nicht und die Erwartungen sind teilweise schon runtergeschraubt worden und man guckt sehr stark eben auch, was ist die Prognose der Unternehmen. Das ist sehr spannend, dass das so bringt, also was echt ganz schön Volatilität bei den anderen Aktien sorgt. Ja, es ist vor allem auch während der Quartalszahlen erstaunlich viel Volatilität da, weil tatsächlich verschiedene Abschnitte vorgestellt werden und bis die analysiert sind, die Aktie teilweise schon sehr stark schwankt, auch bei sehr großen Titeln und das ist schon erstaunlich, weil der Markt momentan extrem kritisch ist, was halt Verfehlungen angeht und man extrem bestraft wird, andererseits aber auch ein sehr positives Momentum bekommt, wenn man dann doch ein bisschen besser war als die schlechten erwarteten Ergebnisse. Ich finde es auch sehr spannend und ich kann, glaube ich, vermuten, dass es auch weitergehen wird in Zukunft. Wir werfen trotzdem nochmal einen Blick auf das Market-Content-Mitglieder-Depot, also euer Depot, was ihr euch zusammenstellt mit Titeln, die wir hier vorstellen und wir haben hier letzte Woche die drei asiatischen Handelshäuser dazugekauft, es war eine knappe Abstimmung, am Ende lagen aber hier die Bullen für diese drei Titel vorne, also wir sehen es hier oben, Mitsuhu, Itoshu und Mitsubishi haben wir eingekauft, die haben sich ja teilweise auch leicht positiv entwickelt, kann man sagen, viel ist nicht passiert, was ein großer Umschwung in diesem Depot war und das haben viele, glaube ich, mitbekommen, wir hatten ja unseren Langzeit-Favoriten hier unten, ProSiebenSat1, die zwar immer noch ja knappe 20% im Plus sind, aber die ja teilweise vorher ja fast 40% im Plus waren und was ist passiert? Hier wurde Dividende eingestrichen, weil man mehr Flexibilität braucht, mehr finanziellen Spielraum, weil man mit dem Werbemarkt zu kämpfen hat und das hat die Aktie in dem Falle getroffen. Andere Werte dafür sind ein bisschen positiver rausgekommen, Vonovia hat sich wieder so ein bisschen nach oben verschoben. Ja und jetzt haben wir hier LVM Asch, LVMH als großen quasi Titel noch und der wird uns heute noch mal beschäftigen, deswegen sage ich dazu gar nicht so viel, da blicken wir nämlich in die Investmentwerkstatt morgen rein. Okay, ProSieben hat die Dividende gestrichen, weißt du, wo die vorher ungefähr lag, bei wie viel Prozent ungefähr? Ja, müsste man jetzt genau reingucken, kann ich auswendig nicht sagen. Wir hatten aber ziemlich hohe Dividenden, die wir uns hier angeguckt haben, ich glaube, die lag teilweise so bei 8%. Und die ist nur eingestrichen worden, reduziert worden, müsste man sich aber jetzt angucken, wo genau sie jetzt beim aktuellen Einstandskurs, insbesondere nachdem sie gestrichen wurde, wieder leben würde. Wir haben es gerade eben angesprochen und das war auch eine Nachricht der letzten Woche, kann man sagen. Und ja, in dem Fall ist es so, dass Wiesmann das Wärmepumpen oder sein Wärmepumpengeschäft verkauft hat. Und hier steht es in der Nachrichtenseite, das Geschäft ist besiegelt, also der Heizungsbauer hat seine Klimatechnik-Sparte verkauft für 12 Milliarden Euro und zwar an den US-Kurzern Carrier Global. Und jetzt sagt sich, der eine oder andere fragt sich jetzt, ja, wer ist vielleicht Wiesmann oder wer ist Carrier Global? Man kann sich beide Fragen sehr, sehr gut stellen. Wir fanden das Ganze auch sehr spannend, weil wir natürlich auch dieses Wärmepumpengeschäft schon längere Zeit ziemlich verfolgen und auch uns viele spannende Unternehmen dort angucken. Insbesondere spannend, weil man muss sagen, das ist fast das gesamte operative Geschäft von Wiesmann. Also ich glaube, die haben ungefähr 13.000 Mitarbeiter, 10.000 davon arbeiten im Wärmepumpengeschäft. Wenn das also verkauft wird, geht wirklich ein signifikanter Anteil über. Der größte Teil dieser Zwölfmejahre wird auch übrigens in liquiden Mitteln bezahlt. Das heißt, fast alles fließt in Cash. Ein Teil davon gibt es nochmal als Aktien, also Wiesmann hat jetzt ungefähr 7% Aktien an Carrier Global. Wiesmann können wir es vielleicht auch nochmal für die Zukunft angucken. Heute soll aber wirklich der Fokus mal auf Carrier Global sein. Und die Frage, ja, wie kommt man dazu, sich das Geschäft zu kaufen? Was steckt hinter dem Unternehmen? Und ist das vielleicht noch ein spannendes Unternehmen, was man sich mal angucken sollte, vielleicht im Hinblick auf diesen zukünftigen Wärmepumpenmarkt? Denn das steht ja immer wieder im Fokus, man hört es immer wieder in den Medien in vielerlei Hinsicht. Klimawandel ist ein großes Thema, Kosten sind ein großes Thema und Wärmepumpen, glaube ich, sind immer mehr und mehr im Fokus auch dieser Thematiken. Aber kurz zu Carrier Global ist quasi der führende Hersteller in den USA für Heizungs-, Klimaanlagensysteme, Ventilatoren-Systeme, hat den Sitz in Florida und hat 52.000 Angestellte. Also ist eine Ecke, Ecke größer als Wiesmann. Er hat ursprünglich 1902 gegründet, also schon sehr alt vom Erfinder der modernen Klimaanlage, kann man so sagen. Der hat das Unternehmen quasi gegründet, hat es dann nach und nach aufgebaut. Und insbesondere so, ja, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es so einen ziemlich großen Aufschwung, weil ja durch diese modernen Fertigungsmethoden, durch die günstigeren Preise für Elektrizität auch möglich war für viele Hausbesitzer und Otto-Normalverbraucher, kann man sagen, sich Klimaanlagen zu kaufen. Dadurch gab es einen ziemlich viel Aufschwung, man hat dann sich fusioniert, aufgekauft und, und, und. Zuletzt ungefähr war das unter dem 35 Milliarden Dollar wert und da sieht man auch für die ist ein Zukauf in der Größe gar nicht mal so verkehrt. Warum, ja, will man das vielleicht getan haben? Und eine große Sache ist das, was wir gerade eben als Hirngespinste uns quasi zurechtgelegt haben. Das heißt, wir haben viel gehört, Wärmepumpen stehen immer wieder in den Medien. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Studien, die genau dieses Bild hier zeigen. Und zwar ist das das Wachstum des Wärmepumpenmarktes, des antizipierten Wärmepumpenmarktes. Und da sieht man schon, dass es durchaus vielleicht ganz interessant ist, wenn man sich so eine Sparte einkauft und ich glaube, wenn man das Ganze so im Gesamtkonstrukt betrachtet, ist auch genau das das Ziel von Carrier Global in dem Falle. Das heißt, man kauft sich quasi deutsche Qualität, deutsche Expertise ein und möchte diese in eine Massenproduktion umwandeln. Und man muss sagen, man ist damit einer der führenden Hersteller, man ist sehr präsent auch im europäischen Markt und möchte, glaube ich, wirklich an diesem Wachstum partizipieren. Fangen wir aber mal vorne an. Carrier Global. Wir gucken uns mal unseren Snapshot an. Und ich habe es gerade eben schon erzählt, 1902 gegründet. Ist noch gar nicht so lange an der Börse, muss man sagen. Man sieht es oben rechts, hat ungefähr 20 Milliarden an Dollar an Umsatz, 3,5 Milliarden Dollar ungefähr an Gewinn. Man muss sagen, diesmal ist der so ein bisschen verschoben und das liegt zum einen daran, dass man eine Sparte verkauft hat, die man lange Zeit bei sich im Haus hatte und dieser Verkauf natürlich sehr positiv sich auf die Profitmargen auswirkt. Wenn man das rausrechnet, ist man vielleicht nur bei so einer Profitmarge von um die 7, 8 Prozent, was trotzdem nicht verkehrt ist für so ein Unternehmen, was eigentlich sehr viel produziert, sehr kapitalintensiv ist. Wo ist Carrier Global tätig? Ich habe gerade eben schon die Klimaanlagen angesprochen. Das ist so ein bisschen der Wachstumsmarkt. Da ist man zuletzt 22 Prozent gewachsen und da wird man immer größer. Und die machen tatsächlich auch den Großteil der Umsätze aus. Also knapp 66, 70 Prozent kommen aus diesem Klimaanlagengeschäft. Dann gibt es noch diesen Brandschutz-Sicherheitsanlagen-Tiefkühlpart. Das ist irgendwie so ein Mix, der eigentlich ganz so gut zusammenpasst. Also wir haben diese Brandschutz- und Sicherheitssparte, die doch irgendwie so ein bisschen noch separiert ist. Die wurde auch verkauft. Das ist nämlich genau der Part, der für diesen positiven Gewinnschub gesorgt hat. Was noch bleibt, ist diese Kühlsystemkette, diese Coldchain-Kette. Und dort möchte man quasi mehr Lösungen anbieten, Kälte besser laufen zu lassen, Kälte besser fließen zu lassen. Und wer sich so ein bisschen mit dem Thema Wärmepumpen auskennt, der weiß natürlich, da spielen auch Kälte und Wärme immer viel oder eine große Rolle. Das heißt, irgendwie ist das schon sehr nahe, das Geschäft auch zu dem Kerngeschäft. Und bisher ist man halt sehr, sehr stark in den USA tätig. Also da werden ungefähr 60, 70 Prozent der Umsätze erzielt. Dann gibt es noch diesen Asia-Pacific-Markt. In Europa ist man relativ klein bisher aufgestellt. Und da passt auch wieder jetzt so ein bisschen dieser Kauf von Wisman dazu. Das heißt, man breitet sich zum einen in Europa aus. Man möchte das Ganze in so ein Massenproduktionsgeschäft bringen und erhofft sich dadurch als zusätzliches Wachstum. Weil man sieht hier, das Umsatzwachstum war zuletzt relativ gering. Das liegt zum einen daran, dass natürlich diese Klimaanlagensparte gut läuft. Andere Teile aber so gut wie gar kein Wachstum oder so rückläufiges Wachstum haben. Wenn man aber im Hinblick zum Klimawandel schaut, dann hat man ja quasi genau diese zwei Probleme. Alles wird immer heißer. Die Leute müssen sich irgendwie kühlen. Global gesehen braucht man Klimaanlagen, wo man früher vielleicht nie welche bräuchte. Da setzt man zum einen an und zum anderen hat man jetzt halt genau diese Wärmepumpen, die auf diesem anderen Fokus und auf dem Heizen auch von Wohnungen global liegen. Das Spannende ist ja, dass diese ganze Wärmepumpentechnik und Klimatechnik ja sehr stark an oder sehr nah aneinander ist. Und ja, Wärmepumpen mittlerweile ja auch genau das Gegenteil auch können. Also sie können auch kühlen ganz oft. Und selbst dann über Fußbodenheizung, selbst auch Räume wieder über die Fläche auch kühlen. Was auch eine sehr effiziente Art der Kühlung ist. Und sicherlich unabhängig davon, ob man in einem zu warmen Bereich der Welt lebt. Und diese Bereiche werden ja in Zukunft auch größer, wo man eher Klimatechnik dann braucht. Ob man in Zukunft mit Wärmepumpen eben Wärmeversorgung macht. Das ist natürlich dann mit dem Zukauf jetzt ein sehr gut aufgestellter Player, muss man zumindest sagen. Die Frage ist, ist das schon zu teuer? Genau, das ist so ein bisschen die Frage. Man muss sagen, das KGV liegt ja aber bei 14. Das ist nicht günstig gerade, aber jetzt auch nicht so teuer. Man hat ungefähr 1,8% Dividende. Und man strebt auch wirklich noch stetiges Umsatzwachstum an. Also Wiesmann war so einer eigentlich der führenden Hersteller. So 230.000, 240.000 Geräte hergestellt. Und man möchte das jetzt quasi aufgreifen. Man möchte zusätzlich von diesem Verbot auch in Europa von quasi diesen Heizölanlagen profitieren. Und möchte eigentlich so relativ kurzfristig diesen Umsatz verdoppeln. Und da, wenn man das jetzt wieder einpreisen würde, wäre man wahrscheinlich in dem Bereich, wo man sagen könnte, okay, das KGV ist gerechtfertigt. Das ist halt genau die Frage, kommt es dazu oder kommt es nicht dazu. Gucken wir uns mal die Pro- und Kontra-Seite an. Wir haben, wie gesagt, auf der Pro-Seite dieses wachsende Interesse an Wärmepumpen, an Wärmepumpenmarkt. Weil das einerseits gesetzlich so vorgegeben ist, andererseits aber auch für viele Haushalte kosteneffizienter ist, langlebiger ist. Insbesondere, wenn man an steigende Energiepreise weiterdenkt. Ja, Klimaanlagen sind trotzdessen auch ein sehr robuster Markt. Das heißt, es gibt immer viel oder viel mehr wärmere Regionen. Das heißt, in den letzten Jahren sind Klimaanlagen einfach auch deutlich gewachsen. Der Klimaanlagenmarkt ist weiter gewachsen und da ist man Marktführer. Man hat diese Fire- und Security-Sparte quasi ausgegliedert, um sich auch genau auf dieses Kerngeschäft zu fokussieren. Auf der Kontra-Seite hat man natürlich schon sich ein großes Geschäft zugekauft. Also wenn man jetzt selber an den eigenen Marktkapitalisierung von ungefähr 30 Milliarden, 34 Milliarden denkt, Umsatz von 20 Milliarden, dann hat man sich dort schon ein großes Geschäft mit dazugekauft, was man gut integrieren muss. Wenn das scheitern sollte, dann hat man natürlich einen großen Kostenblock. Denn man musste den 80 Prozent mit liquiden Mitteln bezahlen. Dazu muss man auch Kapital aufnehmen und sich in der Zeit aktuell verschulden, wo man natürlich höhere Zinsen auch bezahlt. Das heißt, es muss sich irgendwie der Return quasi von diesem Investment wieder lohnen. Ja, und man ist natürlich in starker Konkurrenz zum asiatischen Markt. Ja, und die Frage ist natürlich genau da, ob dann dieses Wachstum, was man jetzt in diesem Markt hat, in den nächsten Jahren oder in den nächsten Jahrzehnten, muss man ja sagen, hat, ob das nicht durch diesen Player wirklich bedient werden kann oder ob das dann doch im asiatischen Markt landet. Bis jetzt ist es ja sehr stark der Marktzugang über die Installateure. Darüber, also ich glaube, die meisten werden, wenn sie mit ihren eigenen Heizungsmonteuren gesprochen haben, meistens noch nicht eine asiatische Firma angeboten bekommen haben, sondern klassische deutsche Unternehmen, zum Beispiel Fiesmann war auch so einer. Das heißt, man sichert sich hier auch ein Stück weit Marktzutritt, aber die Frage ist natürlich, was in den nächsten paar Jahren dann auch passiert und nicht nur in Europa. Weil das hier natürlich aufgrund des großen Marktes, sondern des großen Wachstums natürlich auch gerade große Player ein Stück weit Verdrängungswettbewerb versuchen werden, also über Masse und sehr günstige Produktion und Preise auch, dass Geschäfte dominieren. Und da bin ich gespannt, ob Carrier da mitteilt. Also ich glaube, man kann sich am Ende, wenn nur, über Qualität durchsetzen. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo man gesagt hat, wir kaufen uns auch ein deutsches Unternehmen, weil Deutschland und deutsche Unternehmen immer noch für sehr hohe Qualität sprechen und möchten quasi auf diesem Qualitätssäge seine Massenproduktion ansetzen. Ich glaube, das ist der Weg, den man forcieren muss. Grundsätzlich hat man aber natürlich ganz andere Umsatzkosten hier, die auch zuletzt wieder gestiegen sind im Vergleich zum asiatischen Markt. Ihr kennt das Spiel. Ich werde einmal die Umfrage starten und ihr dürft gerne schon einmal abstimmen. Und damit gehe ich einmal weiter. Die Woche steht nämlich noch einiges an. Wir haben einiges an Quartalszahlen die Woche. Uber, Pfizer, AMD, BP. Wir haben ja letzte Woche gesehen, dass die großen Ölkonzerne satte, satte Gewinne eingefahren haben. Zusammen knapp 18 Milliarden Dollar in drei Monaten, kann man so sagen. Mal gucken, ob BP dem eben so nachkommt. Ich würde es fast vermuten. Wir haben aber auch noch andere quasi spannende Player. Wir haben ja SolarEdge, die auch in diesem Photovoltaik-Markt tätig sind. Mal gucken, ob die besser abschneiden, schlechter als Enphase. Mercado Libre, großer Player im südamerikanischen Markt, im E-Commerce-Markt. Das heißt auch da, die Frage kommt es zu weiterem Wachstum. Stagniert man dort? Die Aktie hat sehr, sehr gut performt in der letzten Zeit. Qualcomm, ja, Chip ist immer noch, glaube ich, ein großes Thema. TeamViewer haben wir jetzt vor zwei Wochen besprochen. Wir haben ja schon einen Satz nach oben gemacht. Mal gucken, wie es dort weitergehen wird. Apple, ja, Novo Nydersk, Datadoc. Also wir haben sowohl noch viel Tech als auch noch viel Pharmaindustrie. Adidas, Audi. Ich glaube, es bleibt weiter spannend. Und das sind ja wirklich, muss man sagen, immer nur ein Bruchteil. Wir haben auch noch Shell. Wir haben Coinbase, Moderna. Wir haben viele, viele weitere Sachen, die ja quasi passieren. Was stehen noch für Termine an? Wir haben Inflationsraten in der Eurozone, nachdem wir sie jetzt in Deutschland hatten. Wir haben einen Zinsentscheid in der USA. Das heißt, vorher hatten wir ja die Erwartung, dass wir eigentlich diese 25 Prozent, 0,25 Prozentpunkte steigen. Das heißt, auf so 5,25 Prozent. Alles, was drunter ist, besser für den Markt wahrscheinlich. Alles, was drüber ist, schlechter für den Markt. Die EZB zählt einen Tag später nach. Und ja, am Freitag stehen dann noch Arbeitsmarktdaten an. Und wir haben tatsächlich auch noch rechts und links ein paar weitere Quartalszahlen. Das heißt, es bleibt weiter spannend. Spannend wird bei der Fed wahrscheinlich dann auch so ein bisschen, was der Ausblick dann langsam ist. Also, wie weit man, welche Richtung das Ganze läuft. Ich habe jetzt gesehen, vielleicht hast du das auch schon mitbekommen, dass Apple sogar anfängt, in dieses Banking-Business einzusteigen. Und diese Zinsen, also jetzt nicht 5 Prozent, aber ich glaube, 4,25 Prozent weiterreichen möchten. Also Wallets. Also das ist ja auch eine interessante Entwicklung, dass aufgrund dieser Zinsen, die eben jetzt wieder da sind, gerade in den USA, jetzt nochmal mehr als in Europa, jetzt wird sich auch solche Player, die ja aus den Zahlungsdienstleistern jetzt rauskommen, anfangen, Zinsen zu geben auf Einlagen. Ja, ja, Christoph, du warst leider letzte Woche nicht da. Das war genau unser Thema. Goldman Sachs und Apple, die jetzt gerade in diesem Markt... Auch ein starker Player, den man sich da rangeholt. Ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt und ob sich das auch in den Quartalszahlen niederschlagen wird oder zumindest künftig niederschlagen wird. Wir haben noch ein weiteres Thema, bevor wir gleich nochmal umschwenken. Und zwar haben wir ja eigentlich noch unser Aktienintensiv-Workshop, der wir euch schuldig sind. Und ich weiß, wir haben sehr, sehr viele Anmeldungen. Das heißt, sehr, sehr viele Leute, die darauf warten, Christoph, dass es losgeht. Du warst ja leider krank. Ich bin jetzt bereit, genau. Das heißt, wir werden aber zu diesem neuen Termin hoffentlich alles hier performen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es diesmal klappen wird. Das heißt, jetzt 11.05.9 bis 16 Uhr gibt es das Ganze live oder für euch auch danach natürlich als Aufzeichnung. Kann man sich dann jederzeit wieder angucken. Das heißt, 11.05. könnt ihr euch schon mal im Kalender markieren. Was steht die Woche noch an? Wir haben einen Basiskurs, der weitergeht. Auch da hatten wir ja letzte Woche ziemlich viele Leute, die partizipiert haben. Am 4.05. gibt es den zweiten Teil und die nächste Investmentwerkstatt. Und ich habe es gerade eben ja schon mal angesprochen, LVM Asch. Die Luxusbranche war unser Thema und das wird auch Thema morgen sein. Denn wenn man sich das mal anguckt und ich habe wie immer so zwei kleine Statistiken dazu mitgebracht, dann ist die Luxusbranche eigentlich ein Markt, der kann man sagen ziemlich konstant gestiegen ist, aber immer wieder mit Auf und Abs gestiegen ist. Und wenn man sich die großen Player aber anguckt, dann sind die tatsächlich etwas kontinuierlicher gestiegen als so der Gesamtmarkt. Und wir kennen das, Bernard Arnault, mittlerweile der reichste Mensch der Welt, hat auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel Profit verbüßen können mit seinem Unternehmen. Und die große Frage, die wir uns jetzt stellen und die werden wir morgen uns auch zusammenstellen, wie spannend ist denn eigentlich der Markt zu den aktuellen Bewertungen? Wie spannend sind die Unternehmen noch zu den aktuellen Bewertungen? Und versuchen da so ein bisschen herauszufinden, ob es sich da vielleicht gerade noch lohnt, schon mal einzusteigen, eher noch abzuwarten oder mal zu forcieren, ob überhaupt dieses Wachstum langfristig so weiterlaufen kann, wie es denn doch in vielerlei Hinsicht prognostiziert ist. Hier ist es in dem Fall der US-Markt, der weiter eigentlich kontinuierliches Wachstum für diesen Luxury-Markt fokussiert. Und da muss man sagen, dass es ja eigentlich immer so ein bisschen abseits ist von diesem klassischen Rezessionsgedanken, wo man sagt, da werden sehr luxuriöse Güter halt nicht mehr verkauft, sondern die brechen halt wirklich aus dem Markt aus, weil die reichen, insbesondere auch in Krisenphasen, wir haben es zu Corona gesehen, immer reicher werden und die damit auch immer mehr und mehr kaufen und auch außerdem nicht so darauf achten, ob gerade die Inflation bei 5% oder bei 7% liegt. Das merkt man bei den Preisen von den Gütern wahrscheinlich eh nicht. Und dementsprechend, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, dem wir uns dann morgen sehr intensiv widmen werden. Also nach diesen Zahlen kein gigantisches Marktwachstum, aber offensichtlich ein sehr konstanter Markt. Genau so ist es. Bin ich gespannt auf morgen auf die Werkstatt. Ich auch. So, werfen wir einen Blick auf die Umfrage und gucken uns mal an, was so die Ergebnisse sagen. Christoph, siehst du die Umfrage? Ich sehe sie ja. Siehst du sie nicht? Aktuell sehe ich sie bei mir gerade auf dem Bildschirm tatsächlich. Sie kommt gerade hoch, genau. Also wir haben 62% kaufen und 38% nicht kaufen. Damit ist das ein klares Ergebnis. Wollte ich gerade sagen. Dann werden wir die Aktie bei uns ins Depot legen, weiter verfolgen. Wir haben noch, glaube ich, eine kleine Frage hier offen gehabt, wenn ich sie richtig gesehen habe. Frank hat geschrieben, er würde Watzko vorziehen. Das ist ein sehr weiter spannender Titel, den man sich insbesondere angucken sollte. Und damit auch wieder den Hinweis, wie man so vielleicht sich diese privaten Investments angucken sollte. Wir gucken uns ja hier immer nur in Kürze mal einen Titel an. Man sollte sich natürlich immer, auch wenn man das Ganze spannend findet, die vergleichbaren Titel angucken. Dafür haben wir hier nicht immer Zeit. Aber Frank, definitiv einen Blick wert, sich Watzko auch mal in diesem Vergleich mit anzugucken. Und auch noch vielleicht mal einen Blick auf die beiden asiatischen Werte zu werfen. Wenn ihr das spannend findet, könnt ihr das auch gerne immer mal wieder platzieren. Auch im Aktienclub vielleicht platzieren. Dann nehmen wir das auch mal für eine weitere Investmentwerkstatt sehr intensiv auf. Damit sage ich vielen Dank, Christoph. Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank für die Begründung wieder und Gäste und bis morgen. Bis dann, ciao. Ciao, ciao. Dann, ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020